Immer Reismuchachos! Herzlich willkommen zu Lück und superschön, dass wir einschalten, meine Freunde. Zur weiteren richtig geilen Runde Rainbow Six Siege. Auf Consulate sind wir unterwegs zusammen mit dem Team Mabossa und Nuggie. Hallöchen! Hallo. Was ist denn? Ja, Nuggie ist auch dabei. Also Nuggie holt gerade seine Pizza. Hallo. Übrigens, Nuggie isst zum Frühstück eine Pizza. Wer von euch isst zum Frühstück eine Pizza? Das hat schon Swag, muss man sagen. 10.26 Uhr, by the way. Als wären Sommerferien oder so. Hat so ein 14-jähriger Swag. Und sich da mit der Pizza direkt morgens an den PC hocken und seinen MMO anschmeißen und zölfstofen gezogen. Noch Energy in der Hand. Durchzusuchten, das Ding. Das wäre geil, ey. Pizza und Energy als Frühstück, Digga. Man lebt einfach den healthy Lifestyle. Was los? Digga, man lebt den Gönner-Lifestyle. Bon Reis, Muchachos. Schön, dass ihr da seid. Checkt mal die Beschreibung aus. Danke euch für den Support. Äh, Küsschen. Ähm, Consulate ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hab das Gefühl, die letzten Runden liefen hier gar nicht so, gar nicht so kacke. Mhm. Wo sind sie denn, die Kackflöten? Also hier oben auf jeden Fall war Second. Ja, direkt hier bei mir hör ich was. Ich schau kurz. Ja, sie sind oben. Ja, unten sind sie nicht. Wir haben auf jeden Fall auch eine offengestandene, hier. Da krieg ich Administration rein, Leute. E-Link Station. Haben sie? Das heißt, sie haben Thunderbird. Genau. Ohne Caveira. Ich hätte für Thunderbird gerne Black Eyes. Ich würde es sagen. Oh, hier kommt einer rein. Ja. Komplett falsch gesprawn. Schade. Mal, hat das. Nice. Cavera ist da drin. In Office. In Administration Office. Ja, ich bin da mitlegen, ob ich oben rein dieten soll. Einfach mit. Überlegen. Reingehen. Nice. Ich glaube, Cavera ist. Und Piano, ne? Piano? Piano. Cavera, hier ist das. Ja, ist das. Irgendeine lief auf jeden Fall hier unten rum. Grenze offen gemacht. Boah, das ist richtig Party, ey. Hier kann ich auf jeden Fall nicht reingehen. Shit, ey. Oder? Da hat mir Claymore unter dem Hedge aufgestellt. Ja. Cavera ist still in Office. Ich kann da nicht reingehen, shit, ey. Dog getroffen. Warte, wenn da aber alle sind, dann kann ich doch einfach da reingeben, oder? Lock on the spot. Jetzt müssen wir den Diffuser auch hier holen. Aber der ist outside. Der ist outside. Ja, ich hol den. Ich hab mal kurz die Camps. Ich hab nur leider keine Drohne mehr. Ich würde da einfach reingeben, hier am liebsten. Meinst du, das kann ich machen? Können die mir sagen, wo die am B-Spot sind? Äh, nee, leider nicht. Hinter Reception ist was? B-Spot sehe ich gerade nicht. Ich hab auch leider keinen. Ich könnte einfach in Bart reinheaten, das könnte ich auch. Hast du ja auch hart, YOLO? Ich schmeiße Camps uns vor. Nee, ich hab keine mehr, leider. Ich geh jetzt nach oben rein. Die Camps unten. Ich bin drin. What color is yellow stairs? Rung up. Rung up. I think there's one in Reception. Oral top. Yellow. Somebody is here. Top service. Ich bin versorgen. Ich hab ich ja. Ich hab Thunderbird. Der ist hunding, bro! Beim Aspott ist einer. Oder nee. Ich hab öffnen. Maru kill. Da! Da! Ja, und auf. Oh, I want to be on the wall. No, they are not enough. One inside, one yellow. Where's the second one? Genau. Sehr schön. Okay, wo ist der letzte? Cabera? Gegebenenfalls auf. Where's Cav? Ich bin doch gebig. Ich weiß, ich will zu pläten. Ja. Ja, muss gut. Ja, top yellow, top yellow. Ja! Nice! Wollt grad nochmal kurz drohen, ne? Dafür irgendwie... Ich bin doch so dritt. Get your... Und der Nummer zwei. Oh, sie sind diesmal unten. Oh, ja. Der ist ein Kite. Oh, guck. Wer ist denn andere da? Äh, wieder hier. Ja, wieder hier, ja. Oh, Thatcher. Ähm, Thatcher haben wir sogar. Ist das ein... Oh, guck mal. Die Bahner würde ja reichen, ne? Ich hätte zwar auch eigentlich ganz gerne Termite hier. Ich pushe im Visa-Office und dann mit dem Server. Er ist die Bahner, Lochflöte. Bitte nicht sterben, Nagi. Nein. Wir brauchen dich als Blüter. Könnt ihr an meiner Drohne bleiben? Kurz, Nugi, Visa-Office? Kannst du das? Kann ich machen. Okay, dann pushe ich nämlich Hardcore rein. Oder so. Merci. Ja, bin da. Alles clear. Immer noch? Ja. Nix zu sehen, nix zu hören. Ich bin vor Garage. Okay, Marvel ist reingeorgelt. Ich orgel auch los. Push, konnte ich leider nicht machen, weil da ein Schild davor war. Du bist schon mal da. Und noch nicht tot. Vielen Dank. Oh, shit. Der Breach kommt hier. Yano ist clear. Kann dir leider nur unfragen. Nice. Einer bei dir hat geliebt. Nehmen wir. Oh, Yokai, Yokai. Yokai, wo? Kannst du was sagen? Äh, nee. Irgendwo hier vorne. Über, über dem Dreierping ist Yokai Drohne gewesen. Hab ich sie gesehen. Will sonst noch wieder jemanden Server kommen, dann fühle ich mich sicherer. Bin nämlich hinten schon komplett drin hier. Auch, auch über die Visa jetzt vielleicht. Ja, warte. Kann nämlich einer Kitsch und einer rechts hingehen. Ist ja schon viel angenehmer. No, fick mich. Ah, shit, ey. Dock in Main Lobby. Scheiße, Alter. Ich hab einfach mein Ding weitermachen sollen. Oh, shit. Good job. Den hat er, ne? Der Dock kopiert die Breach. Dock ist ein Piano. Ja, ja. Nein, wie? Hab ich? Nein, 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 nein. Dock im Piano, still im Piano. Wo? Wo? Verbuff, verbuff, verbuff. Verbuff, verbuff. Äh. Pass auf nicht, dass ich weite jetzt. Okay. Ich glaube, er ist immer nach oben. Jetzt glaube ich, er overhealed. Ich glaube, er hat es noch was gebracht, von hinten ordentlich aufzuräumen. Okay, oben sind sie, ne? Ja, ja. Hallo? Digga, wer ist mit seiner Drohne langgefahren, hat dadurch meine Drohne gezeigt. Ja, da will ich rein, in B. Konsuloffice. Shit, ey. Ich fahr nicht da. Willst du direkt in den Konsuloffice reingehen? Eigentlich schon, aber ich hab da keine Drohne. Ich hab's nur gemacht, hätte ich da eine Drohne. Ja, aber ist auch ein bisschen, ist ja schon YOLO, ne? Na, so ein Fast Engage, ne? Kann auch gut sein. Kann gut sein. Hast du dich auch für Amaru irgendeine krasse Aufwagung? Komm nicht. Hast du dich für Amaru auch irgendeine krasse Skin? Boah, ne, ich glaub nicht. Mir war's, als hättest du den letzten Backup und irgendwas bekommen. Ne, nicht, dass ich wüsste. Ey, Office! Würde ich gerne reingehen. Habt ihr noch eine Drohne? Ich hab wieder beide verballert, leider. Ich hab wieder nichts. Oh, da ist sogar was? Leider nicht, oder? Oh, warte, ich geh da einfach mal rein. Da ist ja sogar eine Drohne, nice, ey. Schaut kurz, ob da was ist. Ja, nichts, okay. Okay, Büro ist clear. Egal, er kann doch nicht eiskalt. Nein, Digga, geh runter. Oder. Bin schon an den Spot, ne? Bist du auf A, oder was? Hallo, bist du auf A, oder was? Du weißt, dass ich da bin? Ne, 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 der weißt, dass ich da bin. Okay, das war einer von denen. Der Spider. Was haben wir denn? Der Spider. Spider, ich weiß, ja. So, nicht misshörig, Alter. Ja, Spider ist immer noch was. Okay. Der kann doch sagen, so wenig. Hat irgendjemand getollet aus der Drohne hier? Ja, gleich. Ist immer noch jemand in Spiral. Ey, ey, ey. Wo, hab ich? Sorry. Blutgesinn, ey, ey, jetzt. Geplatten, geplatten. Ja, ja, ja. Ihr seid auch ein Spot. Nice. Okay, sauber. Wee. Marvin, nicht mal gestorben, ey. Geil, oder? Oh, richtig gut gemacht, ey. Ich finde, by the way, diese Tarnung, die ich gerade wieder draufgepackt habe, ist sehr geil. Da ich ja immer kein Black-Eis habe für Jäger. Hast du mich gerade ausgehauen? Ne, nie. Kein Black-Eis für Jäger? Ja, ja, ja. Hallo. Toll. Wir brauchen hier ein Gadget hier unten jetzt, ne? Nein, ne. Hallo? Ich brauche hier ein Gadget. Ähm, ja, also, ne? Der gute Lucky ist halt sehr angreifbar von Yellow-Steres auch, so, ne? Ja, ja, das ist halt das Ding, ne? Also, ich kann jetzt nichts dafür, dass ich, wenn ich jetzt hier in den ersten 10 Sekunden sterbe, danke. Also, ich werde auf jeden Fall zu den Stairs hinnehmen und dir versuchen, den Arsch zu retten, aber ich weiß nicht. Geil. Also, ich tue, was ich... Frisch geduscht. Ich tue, was ich kann. Du bist auch auf jeden Fall gegen Nates abgesaved. Ja, genau. Oh, ich höre was? Jetzt ruhig, bitte. Ja, da kommt er und hier hocke ich. Jo, es geht los. Sie haben Carly dabei. Aber Fetch habe ich, glaube ich, auch gehört, oder? Tür ist offen. Ja, die Stairs, Tür ist offen. Geil. Da war doch einer! Okay, die haben doch von zwei Seiten gepusht. Fenster aufgemacht. War nice. Ganz gut gemacht. Habt ihr nicht gehört? Oder echt zu viel gelabert? Ja. Lochflöte, den musst du haben! Schade. Hab ich. Sehr schön. Da ist noch einer! Oh, ne, der ist jetzt. Oh, ne, der ist jetzt. Oh, oh. Ja, wo sind denn die Lechse? Jetzt! Auf der rechten Seite. Ja, die Laufel. Ich wecksele das Magazin. Dan, da haben wir nicht. Nein! Ich... Oh, bitte, warum schieße ich denn auf die... Kommt schon den Gang runter. Ja, er schlägt immer noch. Kite, over there is Ash. On your left. Wie war die Yellow, ne? Ich höre jemanden... Kitchen, glaube ich. Ja. Someone is Kitchen. Ja. Is der Kitchen. Hat er den in Kitchen? Nice. Nice. Yellow ist der? Yellow. Yellow, yellow, yellow. Ja! Geil! Endlich mal wieder eine pure Rastro. Alter! Ja, das Game gelieft. Äh, Gia, Gia. Hallor. Hauptsache, ich bin mit 5 Kills vorletzter. Ja! Gibt es noch ein Alpha Pack bei 52%? Ja, endlich! Alpha Pack am Start! Leider nicht. Aber auch nicht. Ich könnte auch bald schon wieder ein Pack Opening machen. Tatsächlich. Ich habe, glaube ich, schon wieder etwas über 30 Packs. Und Startschuss! Wollt ihr ein Pack Opening sehen? In die Kommentare. Außerdem. Däumchen nach oben schmettern. Das war eine richtig krasse Rasur. Lief ziemlich gut. Endlich mal eine Runde, wo fast alles lief. Wie geplant. Haut in die Kommentare. Wie läuft es bei euch? Checkt die Beschreibung aus. Link zu guten Nuggets. Und zu unseren Partnern. Danke schon für den Support. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.